ja hallo zusammen Eisberg in der Haus und wie man sieht Kater kocht das heißt heute gibt's kulinarischen Hardcore und sieht ja mal alles interessant aus bitte nicht ins Essen was ist das order up full paper when ready kann ja nur schief gehen nicht schief gehen Abfahrt wir starten mit etwas Essen auf die Grillen und los geht's los Späck mit... ahja... die Schamotte mal... ok dann ist der Späck, das ist Späck ähm, ähm, well done! Abfahrt! Tenteren, 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 Lass doch mal so... Na gut! The Smoothie is one of the most efficient forms of human food. Simply take some of your inefficient solid food and put it in the blender? So, irgendwas rein in Smoothie! Äh, Orange... Zitrone, Zitrone, Apfel... Ist das ein Apfel? Ja, ist ein Apfel... Ja, liebe Veganer, sorry! Aber... Ohne geht nicht! Ohne geht's einfach nicht! Rein da! Ah, komm, wenn der Schaumfinger schon so jodelt, her damit! Äh... Becher! Der Rächerbecher! Wie gibt's mir! Kommst du her! Exakt! Hm... So, ich mach die... Komm, hier! Ja, Apfel, oder? Apfel! Komm, hier! Wohlt rein! Lass mal hier! Oh, moin! Oh, moin! ...Might I trouble you for some tea and crumpets? Tea is the traditional human beverage consisting of heated water and flavor. Let's begin with heating some water using a kettle. Eine Kuh! Ah, nee, Kettle! Äh, Kocher! Da! Rinder! War man da? Nee, 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 also... Ich heiße ja nicht Wurfi! Krumpets, 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 Krumpets... Oh, ähm, Moment... Warm bleiben! Äh, aus... Thorsten, den Toaster! Toasty! Irgendwie... Irgendwie... Nee, das war nix! Noch ein Versuch! Äh, probiert mal hier! Äh... Ist durch! Hier... Ach, ich brauch zwei! Sag das doch! Ach... 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 Fast! Äh... Puff! Hey! Eboni and Ivory! Und Tee! Die Beam! Viel Spaß, Opa! Viel Spaß, Opa! Let's try making some soup! As you can see, there are several different kinds we can make, but they all start with putting some water in the pot! Einmal Pol Pot! Einmal Pol Pot! So, die Fink! Oh, großes Gefäß! Das geht doch bestimmt auch! Ah, statt mit der... Tasse! Great! Now fill it up with whatever kind of ingredients you want! Äh... Und für die Süßenweiler! Geil! Skol! Geil! 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 Apfel, Avocado und Pflaumensuppe... so hier... whatever, tschau! Ich will weg... vier Scheiben... Nein, zwei... Aber das sieht gut aus, Sandwich! Oh, kann man nicht geben! Hier! Ciao! Next, please! Oh, scheiße! Hier, irgendwie! Kommst du her! Halt! Wie lange hattest du das im Schrank liegen? Ehrlich? Okay! So gut! Ah, ja! Sehr gut gemacht! Na, wenn du es so kalt bist, wie du es mit deinem feinsten Vintage-Greit-Juice... Nein, vielleicht ist nicht die hier Tasse... Kann man hier noch Eis machen? Glühwein! Très bien! Très bien! Please have it delivered out to the restaurant at once! Ja! Oh, wait a second! Before you plate that, did you realize that was famed meat-aficionado Meat-Bot? We'd better make sure our service is exceptional! Better flip this on the plate too! Ach, scheiße! Neuen Glühwein! T environments! Tarts! 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 Keep going! They'rematikyma! Dann müssen wir mal wechseln. Tomaten. Ne, das ist kein Tomate. Tomate. Danke. Das ist nicht die Sing, äh, den Blenderbänder. Ah, das ist ja Arbeit. Ehe, Ehe, Ehe. Da dran, da denn? Was man nicht alles für mich. Scheiß Grundschafter macht, ey. So, back on. Okay. Okay. Ahhhhhhhhhh. I forgot to mention, little Timmy is steadily allergic to tomatoes. Could you make a special slice? What do you want instead of sauce on your pizza, Timmy? I want sauce, that sauce, make me applesauce. Okay, the human will make you some applesauce. Go sit down now. Applesauce, okay. Also für Applesauce braucht es Apel, Orange, damit der kleine ruhig wird. Dann nervt er auch nicht. Er ist ja kein Veganer, oder? Proteine. Whatever das auch ist. Röner. Oh ne. Oh ne. Ganz ruhig, Alter. Soll ich noch Fragen nach der Bio von der Kuh? Ach, rutsch mir doch. Was ist eigentlich... Nix. Psst, hey, 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 can you help me out here? Aha. I'm trying to propose to my romantic partner. I want it to be a surprise. Can you hide this ring inside a sandwich or something? Sandwich ring. Eine Blume machen wir am Schluss. Den sind wir nochmal hier. So, damit es romantisch wird. Eine Blume dabei. Und da. Romantik. Ey. Soll noch einer behaupten, ich kann keine Romantik. Musik spielen, während ich es mache. Aber ich habe vergessen, dieses Disc. Könntest du es für mich machen? Um Affektion für einander zu zeigen, Menschen von dem Vergangenheit würden Musik auf primitiven Störergebnisse nennen, sogenannten Discs. Die Details der Verkaufsprocedure haben in der Geschichte großartig verloren. Aber es hätte wohl etwas zu tun, zu haben, mit dem Feuer. Das erinnert mich jetzt fast an meine frühen Zeiten mit Nero. Fast das gleiche. Einmal nicht aufgepasst und verbrannt. Ab dafür. Gefühl. Was soll ich jetzt machen? Ist ja schon da drauf. So. So romantisch, dass man es nicht hört. Haha. Was ist das, mein Lieber? My sandwich feels much happier than usual. Huh. That's interesting. I wonder if there's something different inside? W-What do you mean? W-What's this? My sweet. I- Emotion. You. Will you- Enter a legally binding partnership with me? Oh, of course. I'm the happiest spot in the world. Oh, wow. The answer was affirmative. The answer was affirmative. The answer was affirmative. Ehhhhhhhhh Kannst nicht mit dem sagen. Ressourants verabschieden waren, um freiwillig zu geben, für die Kinder zu geben. Gute, dass wir eine Mikrowave, die schnellstmögliche die Ingenstände zu machen. Ehhhhhhhhh Puffovella! Ah ja! Damit ein bisschen Stimmung ist, dann kann ich erst mal da hin. Irgendwas anderes. Bisschen Moodjuus, wie dieser eine von den Bermudas immer singen würde. Hey Moodjuus! Ja geblieben. So, das ist doch mal ein Cake mit Bart. Oh, guck mal, Kaki ist hot. Dingeling! Viel Spaß! Okay kids, let's get going. Hey Boss, that party left a huge pile of dirty dishes. We're gonna need your help to get through these. They're pretty nasty, so make sure you use a good score of soap. Hey Boss, I'm taking it from the top. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Okay, we're gonna have a look at that time. Oh, come on. 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 Wenn das nur so einfach wäre... Oh, Moment... So, nur aber... Ja, rutsch mir doch. Immer wieder gerne, Erne, Erne. Oh, ähm... Idee. Sorry, Opski! So... Fuck! Irgendwas werfen... Oh! Moment... Yikes, das ist nicht gut. Du musst etwas über diese Leute machen. Geh sie schnell weg! Dann sterben sie wenigstens lachend. Ja, das ist nicht gut. Es ist doch alles in Ordnung! Nichts zu sehen! Okay. Hey Chef! There's a bot here to film an episode of some TV show with you? They say it was already booked ahead of time, so... Well, just do whatever they say. Hey, human! I'm TV bot! We're doing a show on how these organic nutrient packs are made. So I just need to record some footage of you going through the various steps, okay? First step is to blend up this protein pill! Let's get a shot of you doing it! Blend a blender! Hey, okay! Great, that was good! Now let's get a shot of you putting this flavor packet in the microwave! Uh... Ooh! Alright! It's in there! Close the door and let me get a shot of the microwave or run it! Alright! Everybody's following along at home! We got our fully expanded flavor cube! Can you just show that to the camera? Beautiful! Now just pour that blended protein fluid onto the cube and we are done! Okay... Great job, human! Really appreciated! Oh, one more thing! Can I get a shot of you eating it? Just act like it's real delicious, alright? Really? What if it is? Ugh, what do you make all these clicks? Ugh... Ugh... Leberwurst... Leb... Leberwurstfarben... Hey! Thank you so much, you have a nice video! This is great footage! This episode is gonna be fantastic! Ey, Ballaststopper! Heat, haben wir! Könnt ihr noch etwas machen können? Hmmmmmm... Geh die... Ah... Wuh! Na, passt. Hey Chef, wir haben hier drei Bots, die die Speziale gekauft haben. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das wollen sie. Die Speziale gekauft, bedeutet, dass du dir in der Chef befestigst. Nur die Bots etwas zu geben. Sei kreativ. Hm, das ist so. Interessant. Send es auf den Kunden. Oh, ho, 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 ho. Was ein Faszinierend! Da. Hu, ha, ha. Hu, ha. Hu, ha. Hu. Hu. Ich verstehe. Ich verstehe. Furze. Und das wird auch für die letzte. Tschaui! Ist das eine Art von Avantgarde-Müll? Ja! 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 Tschaui! Hey Chef! Help a bot out here! Come on! Uh, Moment. Und ja, die... Scheiße! Wie geht das jetzt? Oh! Oh, es ist ja... Bist du aus? Hallo! Wieso? Wieso gehe ich denn hin? Ah! Boah! Wie, Moment. Vier! Vier! Oh, Scheiße! Aus! Oh, Scheiße! I just got word from the TV Studio, human! They liked your performance on that commercial you did, so they're sending in a camera crew, and they're gonna put you in a reality show! Oh, Fuck! Was ist denn jetzt los? Oh nein. Okay, wir starten mit der Meatballs-Szene und Aktion. Was wirst du für, Mensch? Geh kuchen! Die Meatballs werden sich nicht vorbereiten. Äh, falsch. Ganz toll. Brauche ich drei. Ich habe nur zwei. Äh, ich habe ein Problem. Vielleicht. Und nochmal cold. Ich wusste es doch. Oh. 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 Und Aktion. You worthless chemical based meatbank. Get to cooking. Make something good. Show us what you can do. Anything. Aha. Irgendwas. Oh. 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 Starts Maul. Oh. Tschüss. well you know how to get back to the museum if you want to i'll just be hanging out here while you do whatever you want hallelujah es ist vorbei also leute let that sink in ich hoffe ich hatte spaß mit dem video während mir hier der stöpsel aus dem ohr fällt was mir jetzt egal dass wir uns vorsieht ne und tschau ein bock mehr auf diese scheiße dummes blödes ding du da bin ich mal irgendwas hey moment die viel brauchen essen hier appen nicht für meinen teil wenn jetzt raus hast du nochmal in diesem sinne bis zum nächsten video adios amigos tschaui